Ja, hallo, ab heute, ich kling wie so ein schlechter Comedian, na hallo erstmal, ab heute läuft im Fernsehen, nee, bei Channel 2, True Red 2 The Golden Mask an. Darauf habt ihr ja schon ein bisschen länger gewartet, zumindest die, die das Haupt-LP geschaut haben, das Ganze auf Channel 2, weil wir ab jetzt, also schon ab längerer Zeit, alles, was Marco und ich zusammen aufnehmen, auf Channel 2 veröffentlichen, weil das nun mal unser gemeinsamer Kanal ist und dass sie besser passt. Und ich kann schon was sagen, die erste Aufnahme war richtig cool und ich freue mich schon auf eure werten Kommentare und so. Und Halleluja. Tschüss.